Ich arbeite seit fast zwei Jahren bei Bosch Engineering am Entwicklungsstandort Abstadt und erlebe jeden Tag eine tolle und motivierende Arbeitsatmosphäre. Auch während der Krise hat Bosch nichts von seiner Dynamik und Kreativität verloren, die in der Entwicklung so wichtig sind. Ich glaube, dass der Bosch-Konzern mit seiner Stiftung eine große Stabilität und Ruhe gibt, die es erlaubt, spannende und innovative Produkte zu entwickeln. Diese Balance aus Kreativität und Sicherheit macht aus meiner Sicht den Erfolg von Bosch aus und auch das Arbeiten sich besonders.